Ach, ihr fragt euch, was macht ihr denn jetzt schon wieder? Dasselbe, was ihr auch jeden Tag machen müsst, mindestens einmal. Ich bereite mein Geschäft vor, ich muss nämlich mal und ich bin im Freien. Hier gibt es dummerweise kein Klo, ist aber kein Problem, ich baue mir gerade eins. Das erste, was ich tue, ist, mir ein ordentliches Loch zu graben, sollte schon eine gewisse Tiefe haben. So reicht es aber auch. Ansonsten würde ich euch grundsätzlich empfehlen, entfernt euch mindestens 10 Meter von eurem Lager. Wir wollen ja niemanden belästigen, das gilt natürlich genauso für öffentliche Einrichtungen. Dann gibt es einen wichtigen Tipp von mir, so mache ich das zumindest immer. Wenn ich meine Hose runterziehe, dann nie bis ganz unten, sondern nur bis zum Kniekehlen, dann kann nämlich definitiv nichts in die Hose gehen. Entweder ihr habt Klopapier dabei oder, wie ich, Blätter. Die habe ich gerade gepflückt, damit funktioniert es auch wunderbar. Und dann machen wir die Grube wieder zu und schon ist alles erledigt. Wir haben niemanden belästigt und die Fliegen können auch nicht mehr dran. Man fühlt sich gleich viel befreiter. Viel Spaß bei eurem Geschäft.